Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Ein paar der Leichen sind schicker angezogen. Sie sehen wie Soldaten aus. Also hieß es, die Siedler gegen die Soldaten. Wenn das da oben das Schatzhaus ist. Hm, hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Ach, und hoffentlich hat es nicht geklappt. Au. Ach, Mann. Ach, Jangan. Ach, Jangan. Ach, Jangan. Ach, Jangan. Mann, das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Alles leer war ja klar war das rave nein hier wurde seit ewigkeiten nichts angefasst also hinweise suchen ja hinweise suchen leer nichts der steht nicht mehr auf ja 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 Ich hab was gefunden. Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Der Brief noch nicht. Deep. Kapitän Avery. Du sahst auch schon mal besser aus. Moment mal. Der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay. Wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Zu. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder. Nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist seine Karte. Ja. Da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachtturm hochzuklettern? Uns zu orientieren. New Devon, wir kommen. Also, wie kommen wir da hoch? Ich habe mir in den Weg. Gehst du mir in den? Okay. Okay, bereit? Okay, das war still eins. Zwei. Den Kronleuchter hochziehen. Nee. Hm. Du bist überrascht. Sie ist einfach als Kompliment. Danke. Okay. Jetzt sieht sie stilvoll aus. Versuch mal, dich zur anderen Kette zu schwingen. Oh, gut gemacht, Kronzahn. Verzeihung. Oh, sorry, Kondent. Bordredge. Was? Du trittst auf Bordredge. Oh, tue ich das? Oh. Tue ich das? Ich hab's ja gesagt. Nelsen, siehst du den Turm? Da. Da. Ja. Ich, Sam. Ja? Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Fast da. Aha, ganz schön aufgeregt. Hey, bringst du mich da hoch? Klaro. Na los, fertig? Fertig. Na gut, ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Oho. Hallo. Hoho. Was für ein Ausblick, hm? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Ja? 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 Ja?